Wie hieß das Sprichwort nochmal? Ja, richtig. Zeit heilt alle Wunden. Arsene Wenger war zum ersten Mal seit seinem Abgang im Jahr 2018 wieder im Emirates Stadium bei einem Spiel von Arsenal. Und aus den damaligen Wenger-Out-Rufen wurde mittlerweile ein Es-gibt-nur-ein-Arsene Wenger. Die Liebe der Fans für die wohl prägendste Figur der jüngeren Vereinsgeschichte ist wieder da und das ist ehrlich schön zu sehen. Die Liebe der Fans für die wohl prägendste Figur der jüngeren Vereinsgeschichte ist wieder da und das ist richtig.